herzlich willkommen zur vorstellung des mclaren und den ducktales dieses auto wird quasi als nächste woche quasi am montag live an den start gehen mit diesem repaint dank genommen an ghosty mein lieber dass du mir zur verfügung oder erstellt hast und natürlich den ducktales da nämlich drauf sein also in dem fall kann man sagen ein sehr schönes repaint ist geworden und ja ich sagte der mclaren 720 sgt evo wird einen start gehen ich freue mich schon drauf ich bin heiß und ich wollte euch nichts vorenthalten und die spekulationen für dieses auto die daten werden unten in der videoschreibung verlinkt also in diesem sinne wünsche ich euch einen schönen start in der neue lfm diesen 12 ich als newbie wird dann viel 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 aneignen und